Jeder Mensch, der etwas erreichen will, in irgendeiner Arbeit, sei es in der Schule, sei es im Sport, sei es in der Wirtschaft, sei es in der Politik, der muss den Sinn hinter seiner Tat, hinter seiner Arbeit verschieben. Das fängt schon in einer kleinen Firma an. In einer kleinen Firma, wenn man dort anfängt zu arbeiten, dann fängt der Chef bzw. der Ausbilder einem erstmal zu erklären, wie man die Arbeit zu verrichten hat und warum man die Arbeit auf diese und jene Art zu verrichten hat. Denn der wichtigste Grund, warum wir erschaffen wurden, neben Geschwistern, ist was? Warum wurden wir erschaffen? Es gibt einige Leute, die behaupten, wir wurden erschaffen für den Propheten, a.s.w. und das geht auf einen falschen Hadith zurück, der erstunken und erlogen ist, sondern weil es dem Koran widerspricht. Und deswegen haben die großen Hadithun diesen Hadith auch nicht akzeptiert. Wir sind erschaffen worden, um Allah zu dienen. Das ist ganz klein geworden. So war 1,5,5,6. Wenn wir diesen Dienst verrichten, tun wir etwas, was zu unserer Natur passt. Und das wird dazu führen, dass wir glücklich sind. Wer seiner Natur widerspricht, macht sich unglücklich. Du kannst keinen Diesel in einen Benziner rein. Dann wird der Baum kaputt gehen. Wir sind erschaffen, um Allah zu dienen. Und wenn wir ihm dienen, werden wir Glück, Seele, Kalben, Diesheit, Leben erlangen. Selbst wenn unser Kontostand leer ist. Allah sagt im Koran, in Sura 16, Vers 17, sagt, Wer Gutes tut, sei er Mann oder Frau, den werden wir ein gutes Leben bescheren. Und, ja, Allah sagt in einem heiligen Hadith, den der Prophet, a.s.w. seine Sunnah überliefert hat, in der so viele Schätze gibt, Inni adattu l'ibari salihin ma la aynum ra'at wa la uddum sami'at wa la khata'a laqamu basharin. Schaff, meine Reschaf und Diener vorbereitet, was kein Urgehör sehen und was kein Ohr gehört, doch was im Herzenswunsch eines Menschen vorstellbar war. Deswegen dienen dir Allah. Aus Liebe, aus Furcht und aus Hoffnung auf diesen Lohn. Deswegen dienen dir Allah. Und dafür hat er unser Schaffen. Und er ist kein Diktator. Weil, dass wir ihm dienen, davon hat er eigentlich nichts. Er liebt das zwar, sondern wir haben etwas davon. Und er liebt für uns das Beste. Und zu diesen Tagen, die er uns vorgeschrieben hat, gehört Assyan, die vierte Säule des Glaubens des Islams. Als erstes die Scheher, als zweites das Gebet, als drittes die Zekeh. Warum als drittes? Weil Zekeh vor dem Siyam vorgeschrieben wurde und weil Zekeh öfter im Koran erwähnt wird. Und in den Hadithen, wie zum Beispiel von Umar, wird Zekeh vor dem Siyam erwähnt. Unter den Säulen des Islams. Und das nur dazu. Auf jeden Fall, warum ist das vorgeschrieben worden? Was ist der Sinn dahinter? Und hier möchte ich jetzt eine Frage stellen. Du bist seit 20, 30, 40, 50 Jahren Muslim. Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, warum du fasten musst? Bei den meisten kommen dann wir aus der Pistole geschossen, damit wir uns mal fühlen wie die armen Menschen. Ach ja? Ich habe letztes Jahr überfasten, weil ich habe jetzt, wie die armen Menschen sich fühlen. Und warum sollen dann die armen Menschen fasten, wenn sie so gut wissen, wie die sich fühlen? Das ist nicht der Grund. Das ist eine Nebensache, die auch eine Weisheit hinter dem Fasten ist. Aber das ist nicht der Hauptgrund. Und deswegen solltest du dir mal die Frage gestellt haben, warum hast du nicht mal und bitte, tag nicht mich, tag dich selber. Wenn du den Grund nicht weißt, stell dir bitte die Frage, ob du jemals den Koran gelesen hast und die Verse des Fastens gelesen hast. Wenn du es nicht getan hast, dann ist es ja Zeit. Und ich werde heute einfach mal die Verse des Fastens vorlesen. Die findet ihr unter anderem in Subur-Hupakara, Vers 183 bis 187. So, da steht, O ihr, die ihr glaubt, ich lese das nur auf Deutsch das mal vor, vorgeschrieben ist durch das Fasten, so wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr gottesfürchtig werden möchtet. Das heißt, das Fasten ist dazu da, dass man Gottesfurcht erlangt. Und wenn du Gottesfurcht erlangst, dann werden deine Probleme in dieser Zeit, hey, denn Allah sagt, wer Allah fürchtet, dem schafft er einen Ausweg, den versorgt er, von wo es nicht erwartet hätte. Und Allah sagt, Und wer Allah fürchtet, macht er seine Angelegenheit gleich. Und Allah sagt, Und wer Allah fürchtet, dem tilgt er seine Sünden und dem macht er seinen Lohn gewaltig. Das heißt, hier ist das Trainingslager, um Taqwa zu erlangen. Dieses Trainingslager solltest du nutzen. Ich werde jetzt einen Vers überspringen. Weil dieser Vers sehr viel mit Regeln zu tun hat, des Fastens. Und auf den nächsten Vers eingehen, nämlich den Vers 185. Der Monat Ramadan ist es, in dem der Koran als Rechtleitung für die Menschen herabgesandt worden ist und als klare Beweise der Rechtleitung und der Unterscheidung. Das heißt, dafür ist der Koran herabgesandt worden. Das heißt, der Koran ist nicht herabgesandt worden, damit du ihn hoch in deinen Schrank stellst, sondern als Rechtleitung und als Unterscheidungsnorm. Wer also von euch während dieses Monats anwesend ist, der soll ihm fasten. Wer also von euch, das ist so wie, das heißt, weil der Ramadan herabgesandt wurde, diese Gnade, die euch Allah gegeben hat, dass er den Koran auf euch herabgesandt hat, in diesem Monat, zum Gedenken an diese Gnade, dass Allah dir die Unterscheidungsnorm herabgesandt hat, die Rechtleitung, faste. Jetzt geht's weiter. Wer also von euch während des Monats anwesend ist, der soll ihm fasten. Wer die Ukraine ist, wo ihr euch auf einer Reise befindet, der soll eine gleiche Anzahl von anderen Tagen fasten. Allah will für euch Erleichterung, er will für euch nicht Erschwernis, damit ihr die Anzahl von endet und Allah als den größten Preis, das ist ein Gottesdienst. Und jetzt, dass ihr ihn als den größten Preis dafür, dass ihr euch Recht geleitet habt und auf das ihr dankbar sein mögt. Das heißt, du musst dankbar sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir den Koran durch den Propheten, a.s.w. Denk daran. Denk daran, wenn ihr fastet. In diesem Monat ist der Koran herabgesandt worden. Wir fasten, um anderer dankbar zu sein. Denk an diese Gnade. Wo wärst du ohne Ruhe? Wo wärst du? Subhanallah. Ich hab einmal, als ich lecker war, mit einem Studenten geredet, mit einem anderen, und da meinten wir, wie langweilig wäre das Leben ohne den Islam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns festigen. Liebe Schwester.